Zum Start ins Immobilienjahr 2013 lud die Sprengneter Immobilienbewertung zur fünften Auflage der Innovationstagung ins Kongresszentrum Esperanto nach Fulda. Unter dem Motto Akquirieren mit Köpfchen gaben die Experten der Branche rund 200 Immobilienmaklern aus ganz Deutschland wertvolle Impulse für ihre Akquise. Begrüßt wurden die Teilnehmer durch Marketingleiter Holger Zimmer. Ich bin mir sicher, Sie haben sich vorgenommen in diesem Jahr noch erfolgreicher zu sein als im letzten Jahr. Und Erfolg zu haben heißt auch, auf Veränderungen einzugehen, offen zu sein für Neues, sich inspirieren zu lassen, neue Wege zu gehen. Und dafür haben wir diese Veranstaltung aufgelegt, unsere Innovationstagung, heute unter dem Motto Akquirieren mit Köpfchen. Und ich bin mir sicher, dass Sie sehr viel aus dieser Veranstaltung mitnehmen können. Zur Eröffnung klärte Wirtschaftspsychologin und Markenmanagerin Monika Oskar die Frage, was Marken und Menschen erfolgreich macht. Was mich immer inspiriert hat oder was mich niemals Ruhe gegeben hat, war die Frage, wieso manche Menschen im Leben sind erfolgreich und andere wiederum nicht. Wie gelingt es, sich selbst, seine Auftraggeber und seine Kunden besser zu verstehen? Dieser Frage ging Lars Grosenick in seinem Vortrag nach. Einer hat vorgeschickt und sagt, darf ich bitte vor, ich brauche nur fünf Kopien, weil ich habe morgen Klausuren und ich schaffe es sonst nicht mehr, mich vorzubereiten. Das ist besonders wichtig. Und siehe da, die Quote geht von 58% auf 91% hoch. Also Menschen mögen Begründung. Andreas Habert, Leiter der Sprengnetter Akademie, zeigte, wie man sich durch Bewertungskompetenz lokal positionieren kann und so die eigene Akquise erleichtert. Herr Habert, Sie können sich doch nicht auf ein Gebiet beschränken. Um Gottes Willen, stellen Sie sich mal vor, da auf die Gunde hat, der wohnt in Rheineckendorf, ganz im Norden von Berlin und hat Gewinnern zu verkaufen. Dann sagen Sie zu dem Nein, dann gehen Sie pleite. Dann können Sie komplett vergessen. Naja, wenn man am Anfang ist, hört man ja auch Fachleute. Ich habe aufgezeigt, dass der Immobilienmakler in der heutigen Zeit sich breiter aufstellen muss, muss sich als Experte in seinem Markt positionieren können. Und das Ganze kann er dadurch erreichen, dass er in dem Bereich Immobilienbewertung sich das nötige Know-how aneignet und dann auch wirkungsvoll einsetzt. In einer begleitenden Fachausstellung informierten 13 Unternehmen der Immobilienbranche über Produktneuheiten und Trends. Die Messestände fanden großen Anklang bei den Teilnehmern, die ihr Wissen in angeregten Gesprächen erweitern konnten. Und haben gemerkt, dass man hier auf relativ qualitativ hochwertige Immobilienmakler trifft, mit Sachverstand und die auch eigentlich unsere ideale Zielgruppe sind. Man kennt die Leute, man ist persönlich bekannt und es ist ein partnerschaftliches Umgehen miteinander. Die angenehme Atmosphäre und die Möglichkeit zum Austausch mit Kollegen rundeten das Vortragsprogramm optimal ab. Für uns steht halt ganz klar bei der Innovationssagung im Fokus, dass wir interessante Themen anbieten wollen, deshalb befragen wir die Makler auch. Und das andere ist, dass wir die Größe der Veranstaltung genau auf dieses Maß bewusst auch reduzieren, damit wir eben diese Wohlfühlatmosphäre haben, damit wir auch Möglichkeiten zum Networking haben, zum intensiven Austausch. Strategie statt Strohfeuer. In seinem Vortrag zeigte Hans Brosbach auf, wie man durch Planung und System erfolgreich wird und sich dabei an den Kundenwünschen orientiert. Falscher Fokus, wie ich gerade schon sagte, what about me, eben nicht auf mich zu fokussieren, wie kriege ich die Provision durch, sondern was will der Kunde tatsächlich. Anschließend referierte Ulrich Jörs zum Thema Datenschutz im Wettbewerbsrecht. Der Berliner Rechtsanwalt gab den Teilnehmern wichtige Tipps zur Vertragsgestaltung, Datenrecht und Werbung. Wir bieten Ihnen 20.000 Euro, wenn Sie uns ein Mehrfamilienhaus zum Verkauf vermitteln und weiter steht da nichts. Und da denke ich mir alle, Achtung, 20.000 Euro, das mag natürlich einen gewissen Anreiz darstellen. Ist das Ganze denn überhaupt zulässig? Das Finale galt Thilo Baum. Als Kommunikationsexperte wählte er klare Worte. Denn wer direkt kommuniziert, kann auch direkte Wirkung erzielen. Auf einer Webseite steht, auf der Startseite, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Internetpräsentation. Das ist fast 90's, ne? Da sitzen Sie dann davor und sagen, hey, danke lieber Anbieter, ich weiß, dass ich im Internet bin. Was habt ihr für einen Anrufbeantwortertext? Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Telefon. Die Akquise ist seit ca. zwei Jahren ein ganz wesentlicher Punkt. Es verschärft sich dieses Jahr auch nochmal ganz deutlich. Die Immobilie als Betongold, als Anker ist mehr denn je in Mode gekommen. Man kann sicherlich von dem Erfolgsmodell Innovationstagung sprechen. Das zeigt auch die Resonanz heute wieder. Viele gute Gespräche. Ich bin gerade eben noch von einer Maklerin angesprochen worden, die explizit die Veranstaltungsatmosphäre, die Größe der Veranstaltung, die Location gelobt hat. Dass man auch hier mal Zeit hat, sich untereinander auszutauschen, Zeit hat, an die Ausstellerstände ranzukommen. Beim Gewinnspiel Kompetenzgewinn wurden wertvolle Preise verlost. Neben kostenlosen Online-Bewertungen und einer Software-Lizenz von Sprengnetter Smart Value gab es eine Ausbildung zum Marktwertmakler zu gewinnen. Das Besondere ist, dass wir hier einmal die Referenten haben und gleichzeitig aber auch die Partner, die für Immobilienmakler wichtig sind. Begegnung mit anderen sicherlich, aber grundsätzlich auch erstmal die Konzentration von guten Referenten. Ich bin hier bei Sprengnetter, weil die Referenten mir hier ein kompaktes Wissen praktisch an einem Tag rüberbringen. Am Ende waren sich alle einig. Die fünfte Auflage der Innovationstagung für Immobilienmakler war ein voller Erfolg.